Für diejenigen, die schon vorher abgewunken haben. So, hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück hier zum zweiten Tutorial auf unserem Nettomasa Channel. Ich hoffe, euch hat der letzte Clip gefallen. Leider konnte ich da natürlich nachher nicht mehr noch punkten und einen Fisch fangen. Aber jetzt kommen wir dann halt auch schon zum zweiten wichtigen Methode, die ihr im Winter auf jeden Fall nutzen solltet. Und zwar das Dropshot Angeln. Das Dropshot Angeln habe ich euch schon mal gezeigt. Und wir starten jetzt auch noch mal ganz schnell in dieses Rig, was ich euch schon mal vorgebunden habe. Oder damals einmal vorgebunden habe. Ihr nehmt euch natürlich ganz normal, also ich versuche jetzt ein bisschen schneller zu reden, dass man nicht zu viel Zeit verliert. Ihr nehmt euch nochmal eine normale Spanne wieder. Zack. Nehmt einen passenden Dropshot Haken und da können wir mal eben schnell drauf eingehen. Das Wichtige ist, wir sollten eben über den Haken dann auch sprechen. Und zwar können wir hier mit unterschiedlichen Haken arbeiten. Das ist zum Beispiel der Offset Haken oder habe einen Einzelhaken. Den nutze ich gerne, wenn ich mit Wurm angel oder mit kleinen Krebsen. Und den nutze ich sehr gerne, wenn ich mit Gummifische angel, die halt in der Mitte so einen Schlitz haben. Es gibt aber noch einen dritten Haken, den ich sehr gerne nutze und den kennt ihr auch schon. Das ist der Wacky Haken und den Wacky Haken nutze ich gerne, wenn ich mit Naturköder angel. Oder aber, wenn ich wirklich in harter Strömung, die wir im Moment haben, in harter Strömung einen Köder stehen lasse. Und bevor ich da einen Anschlag ins Leere haue, versuche ich da wirklich jeden Anschlag, den ich setzen muss, richtig mit äußerster Brotalität durchzusetzen. Ich muss natürlich durch die weiche Rute, durch das lange Floor Carbon, muss ich den Haken so gut anheben, anschlagen, dass ich ihn auch wirklich dann durch das Maul des Fisches kriege. Und mit diesem Wacky Haken, das ist ein brutaler Haken, der jeden Anschlag oder beziehungsweise jedes Maul, was sich in dem Weg steht, einfach durchsticht und auch hängen bleibt. Also ein brutaler Haken, aber wenn es darum geht, fein zu angeln, ist er einfach viel, viel zu groß und viel, viel, viel zu dick. Morgen werde ich ihn brauchen, weil ich wirklich harte Bedingungen habe, harte Strömung. Und ich rechne da mit guten, dicken Fischen und dieser Haken, der muss dann wirklich durch dicke, knorpelige Mäuler. So, ich ziehe ihn mal eben schnell auf. Das ist der ganz normale Knoten, den ich euch schon mal im ersten Film gezeigt habe. Falls euch das jetzt hier zu schnell geht, dann schaut euch noch mal unseren ersten Film an. Da bin ich natürlich mit Naturköder unterwegs und zeige euch da, wie ich mit dem Dropshot-System auf dicke, dicke Zander angele. Und jetzt habe ich hier mein System, da fehlt mir jetzt die Schere. Ich nutze morgen, also jetzt im Winter in der starken Strömung, nutze ich gerne mindestens ein 40er Fluorocarbon. Und das solltet ihr auch machen, denn gerade in dieser harten Strömung, wie wir jetzt sehen, ich muss morgen relativ schnell schmeißen, immer wieder neu ansetzen. Und da sind dicke Äste liegen da und dicke Steine sind da. Da brauche ich natürlich abbriebfestes Material. Und so dick wie möglich angeln und dicker wie 40er Fluorocarbon, es macht einfach am Dropshot fast keinen Sinn. So, ich habe hier so schöne, dezente Blei mir von Spro Freestyle besorgt. 14 Gramm, damit sollte ich auskommen. Aber normales Stablei reicht natürlich auch. Mein Trick, den ich euch jetzt zeigen möchte, das ist, das ist was, was ich morgen auch nicht nutzen muss. Denn ich habe eine recht lange Rute. Wenn ihr mit kürzeren Ruten besser umgehen könnt, gerade vom Boot aus, da hat man eher kürzere Ruten vom Ufer aus, eher längere Ruten. Aber meine Rute ist 2,70 Meter vom Boot oder vom Ufer. Und da muss ich es nicht machen, weil ich auch recht kurze Würfe mache. Mache ich weite Würfe oder ihr arbeitet mit kurzen Ruten, kann es passieren, dass euer, ich mache mal eben ein Gummi-Fisch hier oben dran. Ich habe gerade hier einen liegen. Ich habe auch noch schönere Gummi-Fische und zwar von Striking solche schönen Würmer. Und das ist ein Wurm, guckt euch mal an hier, den reißt nie ein Barsch kaputt. Auch beim Einstechen. So, ist jetzt erstmal nur, um euch das zu zeigen, um euch das ein bisschen sichtiger zu machen. So, jetzt habe ich hier nochmal mein System. Und wenn ich jetzt Weitwürfe mache, liegt meine Montage natürlich immer so im Wasser. Das ist natürlich problematisch. Wir rechnen jetzt damit, dass wir hier so einen 30 Zentimeter haben. Wenn ich jetzt einen weiten Wurf mache und biete meinen Köder an der weitesten Stelle an, dann liege ich hier aber nur noch 10 Zentimeter über dem Boden. Das könnt ihr natürlich mit einer längeren Rute, die natürlich euren Köder etwas anhebt, ein bisschen mehr garantieren, dass er auch wirklich auf die 3 Zentimeter kommt. Oder aber, ich berechne das natürlich, dass ich dann halt noch längeren Abstand hier habe. Dann muss ich dann ungefähr 50 Zentimeter nehmen oder 60 Zentimeter sogar. Oder ich kann noch ein zusätzliches Blei hier dran fixieren. Das zeige ich euch jetzt mal eben. So, jetzt kann ich hier noch ein zusätzliches Blei reinklemmen in diese Schnur. Und das garantiert mir etwas mehr, dass meine Schnur zwischen mein großes Blei und meinem Köder etwas mehr vertikal liegt. Denn, wenn ich jetzt schräg liege, liege ich jetzt nicht mehr die ganze Länge vom Blei zum Köder diagonal, sondern ihr seht selber, euer Schrotblei, also ein ganz normales Schrotblei, da würde ich euch auch immer eins empfehlen, dann sind mindestens 1,5 Gramm bis 2,5 Gramm hoch. Das auch bei geringer Strömung zieht ihr euren Köder und eure Schnur etwas vertikal und euer Köder steht wirklich dann vertikal vom Boden weg. Also würde ich eure Länge darüber ausmessen, von diesem kleinen Schrotblei zum Haken hoch. Und dann dient dieses große Blei nur als Wurfgewicht. Und so könnt ihr dann halt auch noch ein bisschen schöner spielen. Noch ein bisschen schöner spielen, denn ihr seht selber, dieses kleine Blei bounced auch noch so ein bisschen hin und her und somit schlägt euer Köder unter Wasser. Der Köder ist unter Wasser natürlich ein bisschen schwereloser, das zeige ich euch gleich aber nochmal hier im Aquarium. Und dann braunt es ja so ein bisschen und wackelt halt noch ein bisschen schöner. Ja, das ist so meine Standardvariante, die ich gerne nutze. Habe ich euch schon mal gezeigt, ob mit Köderfisch oder aber mit Kummiefisch. So, und jetzt wie versprochen zeige ich euch noch eine andere Methode, so dass ihr mit zwei Varianten euer Dropshot-Köder anbieten könnt. Ihr braucht dazu ein kleines Stäbchen. Egal wie es aussieht, könnte länger oder dicker sein, das ist egal. Das hier ist so ein kleiner Pilot von einem Schwimmer. Den habe ich mir irgendwann mal abgemacht und dann in meine Kiste, Dropshot-Kiste gelegt. Den liegt er erstmal auf Seite. Zack. Jetzt habe ich hier eine Schnur genommen, die ist ein bisschen dunkler, einfach nur um euch das zu demonstrieren. Dann ziehe ich ein Stück ab vom Fluorocarbon, so wie immer, so eine ganze Spanne. Und nehme mir von dieser ganzen Spanne ein Stück, was zwischen Hauptschnur und zwischen Knoten sein soll. Und da mache ich jetzt eine große Schlaufe, so ähnlich oder genau die gleiche Schlaufe wie beim normalen Dropshot-Knoten. Schöne große Schlaufe, die drehe ich einmal eben auf den Kopf, so dass ich beide parallel liegende Schnüre unten habe. Dass ich beide hier schön unten liegen habe. Jetzt brauche ich meinen Zahnstocher oder mein, ja, wie auch immer, mein Stäbchen. Jetzt wird es etwas schwierig. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Jetzt packt ihr die Zahnstocher zwischen den beiden Schnüren, die unten zwischen Daumen und Zeigenfinger liegen. Und diese Stäbchen zwirbeln wir jetzt innerhalb der Schlaufe, innerhalb der Schlaufe um sich selber. Also die zwei parallel liegenden Schnüre sollen sich jetzt ineinander verwickeln. Das ist ein bisschen tricky. So, sobald ihr die ersten ein, zwei Umwicklungen habt, dann geht es recht einfach. So fünf Wicklungen reichen. So, jetzt könnt ihr euer Stäbchen schon rausziehen. Oder in dem Fall lasse ich es einfach rausfallen. Ich finde es immer wieder, weil es schön orange ist. Unten, wo das Stäbchen ist, also zwischen meinen Fingern, ergibt sich jetzt so eine kleine Schlaufe. Sieht man ganz gut. Diese kleine Schlaufe fixiert ihr jetzt auch mit Daumen und Zeigefinger. Und im besten Fall wickelt sich euer Knoten jetzt auch nicht auf. Hier, das kurze Ende will natürlich immer wieder rum. Das fixiert ihr irgendwie zwischen den Beinen oder auch zwischen den Fingern. Jetzt habt ihr ja euren Schlaufenbügel oben. Den knickt ihr jetzt schön zusammen, schön eng zusammen machen. Jetzt habe ich schon so eine weiche Schnur genommen, weil man sie besser knoten könnte. Aber funktioniert auch nicht. Schön eng oben zusammen drücken. Und mit der müsst ihr jetzt durch die Schlaufe, die sich gerade ergeben hat, wo ihr Stäbchen drin war. Kann ich besser erklären, wie ihr jetzt demonstrieren. Dann geht ihr jetzt mit der Schlaufe durch die kleine Schlaufe, schön zwischen den Zähnen packen. Und dann zieht ihr die beiden langen Enden zu. Schön nass machen. Schön nass machen. Und jetzt seht ihr, wie die zwei Wicklungen, genau wie beim Dropshotterhaken, sich rechts und links, oben und unten vor eure Schlaufe wickeln. Jetzt habt ihr hier ungefähr so eine 5 cm lange Schlaufe. Die hättet ihr natürlich auch größer machen können, je nachdem wie groß euer Bügel ist. Aber nehmt euch jetzt schön eine scharfe Schere, zwickt eine Seite nur ab und jetzt habt ihr einen 10 cm langen Arm. So, und jetzt habe ich hier einen Seitenarm, einen wunderbaren Seitenarm und der garantiert wirklich, dass der Köder wirklich schwerelos ist. Der Räuber kann diesen Köder schöner aufsaugen. Der Köder kann auch seine ganze Aktion wirklich frei entfalten. Und das ist mal etwas aggressiver nicht, aber etwas spielerischer geht ihr hier mit der Methode an den Räuber. So, jetzt habe ich genug erklärt. Hier seht ihr aber nochmal die Montage unter Wasser mit einem auftreibenden Wurm von der Firma Striking an einem 2er Dropshotterhaken von Predax. Jetzt fahre ich aber Richtung, oder aufs Wasser, um euch zu zeigen, wie ich mit dem Dropshot Zander erwische in der Strömung. Viel Spaß! und da, und da, und da, und da, und da, und da! Untertitelung des ZDF, 2020 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 unterwegs. Ich habe euch jetzt kurz erklärt, wie ich meine Montage aufbaue. Das habe ich auch öfter schon mal gezeigt. Ich muss mich jetzt auch hier entscheiden, welche Methode ich jetzt hier wähle. Und da ich jetzt hier in Strömungsschatten arbeite, bringt die Seitenarmontage für mich nicht so viel, denn ich muss meinen Köder hier im nicht strömenden Bereich selber animieren. Und das kann ich am besten mit einer Direktverbindung. Und demnach habe ich jetzt hier mich für einen großen Haken entschieden, direkt angeknotet. Und das ist wieder der Wacky Haken von Gamakatsu. Und aufgezogen habe ich den Finisher. Und ich möchte jetzt hier in dem trüben Wasser direkt ein bisschen schocken, das heißt Green Pumpkin. Und dann haue ich meinen Köder jetzt dorthin, wo der Zander in der Strömungsschatten liegt. weil er sich da jetzt vielleicht ausruhen möchte. Und dann soll er natürlich direkt diesen hellen Green Pumpkin sehen und auch ein bisschen Bewegung spüren. Und ja, das in Kombination wieder mit meinem Multivationstock, mit meinem Multitool. Und das ist die SG4. Die SG4, ihr habt schon gesehen, dass ich mit der mit dem Wobbler schon gefangen habe. Ich glaube mit dem Texas Rig auch. Und natürlich jetzt hier angel ich auch Dropshot mit ihr. Und die ist noch viel, noch vielfältiger. Ihr könnt auch ganz normal jicken mit ihr. Wie gesagt, komplett mit Crankschmeißen, Shatterbaits oder etc. Also ein Gerät, wo ihr sehr, sehr viele Methoden abdecken könnt. Das Einzige, wo muss ich wirklich sagen, vielleicht war es doch bis gerade. Das Einzige, wo ihr sie nicht verwenden für solltet, ist, wenn ihr wirklich mit Köpfen arbeitet, mitten in der Strömung mit Köpfen um die, ab die 10 Gramm hoch und dann auf Zander gezielt jickt. Dann ist die Weiche doch oben ein bisschen zu weich. Dann bekommt ihr nicht jeden Biss damit pariert. Diejenigen, die natürlich damit klarkommen, das ist ja so meine Angelei, lieber einen richtig schönen Drill haben mit einer weichen Rute, dann macht es mir nichts aus, mal den einen oder anderen Biss nicht zu bekommen. Jetzt ist aber eine wirklich harte Zeit. Eine wirklich harte Zeit, wo die Fische sehr, sehr schlecht beißen. Und ja, ich müsste jetzt, also jetzt, wenn ich jigge, nutze ich auf jeden Fall wieder meine schöne, knallharte Jigrute. Nicht jetzt hier beim Rubschort angeln, da ist die 2,70 Meter Rute vom Boot aus auch gar nicht zu lang, denn ihr könnt jetzt durch die lange Rute den Köder quasi vertikal an der Schnur anbieten, indem ihr natürlich die Rute schön hochhaltet. Habt ihr einen kürzeren Stock, dann habt ihr wieder, ist die Schnur geht dann eher diagonal ins Wasser und dann bringt dieser ganze Effekt, Dropshot angeln bringt dann kaum was. Ihr könnt natürlich jetzt hier auch mit dem Schrublei euch noch anknipsen, das, was ich euch gezeigt habe, aber mit der langen Rute ist das nicht nötig und ich mache hier keine weiten Würfe. Demnach kann ich da schön die Rute schön lang aufrecht in die Luft tragen. Mein Köder steht wirklich so weit vom Boden weg, wie ich es ihm erzwinge. Ich habe ja entschieden, dass er irgendwo die drei Zentimeter vom Boden entstehen soll und das tut er jetzt auch. Und das macht dann halt die Rute. Wenn ich vom Köder animieren rede, das geht sich ja eigentlich nur darum, der Finisher oder zum Beispiel den Slickshit, den ich ja gerne nutze, der geht schon bei kleinster Bewegung, äh Druck, fängt er natürlich mit seinem Schwanz an zu vibrieren. Der Finisher hat sogar mit seinen Seitenflossen. Und jetzt hier in dem Bereich, wo wir gar keine Strömung haben, muss ich ihn natürlich ein bisschen animieren, dass der Zander auch aufmerksam wird. Und dazu lasse ich ihn einfach stehen auf einer Stelle und wippe nur mit der Rute. Und unter Wasser macht er so eine kleine leichte Bewegung. Ich haue da gar nicht zu sehr rein, mache das auch gar nicht zu lang und dann mit ein, zwei Kurbelumdrehungen ziehe ich ihn dann wieder einen Meter an mich ran und fische dann da die nächste Stelle ab. Naturföder lasse ich deutlich länger stehen, weil er einfach viel mehr Lockwirkung hat, allein wie er aussieht und natürlich sein natürliches Aroma. Den Gummifisch animiere ich dann doch mal schneller über dem Boden. Und das hat ja schon gut funktioniert. Es war jetzt keine effektive oder keine reine Bootsangelei für diejenigen, die schon vorher abgewunken haben, Bootsangeln ist doch langweilig. Ihr hättet aber, wenn es jetzt kein Privatgrundstück gewesen wäre, hätte man da auch rüber laufen können und wirklich vertikal neben den Büschen angeln können. Also da, wo keine Strömung ist. Das zeige ich euch natürlich nochmal. Was ganz wichtig ist jetzt bei dieser Angelei so, dass die Angelei auch wirklich Sinn ergibt, ist eine lange Route und dann natürlich gerne eine Route für diejenigen, die nicht so viel Geld investieren wollen. Eine Route, wo ihr viele, viele unterschiedliche Methoden mit abdecken könnt. Und wieder mal die SG4 Shoregame. 2,74 Meter lang, 5 bis, nein, 7 bis 23 Gramm Wurfgewicht und die hat mir jetzt schon so einige schöne Drills geliefert. Ihr könnt da wirklich alle, fast alle Methoden mit abdecken. Die Route macht diese Angelei, diese Dropshot-Angelei oder aber auch die Angelei mit dem Carolina Rig so richtig effektiv. Dann müsst ihr ein, zwei unterschiedliche Haken, einen Offset-Haken dabei haben, zwei unterschiedlich große Dropshot-Haken. Gerne natürlich als größten Haken, den Wacki-Haken von Gamakatsu. Und was haben wir denn noch, was so wichtig ist? Ihr habt das gesehen, den kleinen Trick mit dem Dropshot-Blei. Gerade für die Jungs, die nicht so lange Routen haben, ist das auch ein ganz, ganz cooler Trick. Ansonsten reicht, wenn ihr diese Sachen dabei habt und nutzt, dann habt ihr hier wirklich eine sehr, sehr geile Methode, um halt Zander an kleinen Stellen wegzuzupfen. Und ja, gerade im Winter eine ganz, ganz wichtige Sache. So Mädels und Jungs, ich glaube, für heute reicht es. War für mich ein langer Tag. Die Beißqualität hat jetzt auch echt nachgelassen. Ich hatte jetzt noch einen Biss gehabt. Aber wir haben jetzt in diesem ganzen Angelprojekt jetzt hier auch nur ein Stündchen oder anderthalb Stündchen investiert. Zwei schöne Fische gefangen, einen Biss noch verkackt. Aber man hat auch dabei ein bisschen gemerkt, dass es immer weniger wird und oder die Beißfrequenz immer schlechter wird und die Bisse auch schlechter werden. Und das ist üblich jetzt nach Mittagszeit oder Mittagszeit bis Nachmittagszeit ist meistens etwas schlechter. Und dementsprechend nutze ich jetzt die Zeit, fahre nach Hause, genieße noch ein bisschen Zeit, das Resthochenende mit meiner Familie. Und ja, morgen geht es schon wieder frisch am Werk. Da schauen wir uns mal die nächste Methode ein an. Und da reden wir dann über das Kickback-Rick. Genau, über das Kickback-Rick reden wir dann. Und mal gucken, vielleicht, ich weiß noch nicht, wo ich es ausprobieren werde. Vom Ufer ist es tatsächlich jetzt ultraschwer. Und ich möchte euch natürlich immer einen Fisch präsentieren. Mal gucken, vielleicht gehe ich vom Boot, vom Ufer, vielleicht ich, das weiß ich noch nicht ganz genau. Aber auf jeden Fall ist es sicher, dass ihr nächste Woche Montag wieder einschalten solltet. Hier auf dem Neptune Master Channel. Und da gebe ich natürlich mir wieder Mühe, um euch einen schönen Clip zu zeigen, um euch den Montag zu versüßen. Denn wie wir alle wissen, ist Montag meistens so der beschissenste Tag der Woche. Deswegen habe ich da die Sende zur Zeit gekriegt. Gut, ich wünsche euch einen schönen Abend, schönen Nachmittag, schönen Tag. Bis dann, euer Jan. Bis dann, euer Jan.